Heute zeigen wir euch, wie man dem Patienten eine Decke unterlegt. Dafür braucht ihr eine Decke, immer wieder so eine Wolldecke oder eine Rettungsdecke. Wir machen es heute mit der Wolldecke. Genau, und dann breitet man sie einfach neben dem Patienten aus. Am besten ist, wenn ihr zu zweit seid und dann rollt ihr sie von der Patientenseite einfach ein. So ein bisschen mehr als die Hälfte, schiebt sie neben dem Patienten ganz nah hin. Und dann wechselt der eine die Seite. Also nimmt man den Patienten an der Schulter und hier am Gesäß und dann schiebt man die Decke komplett runter. Wichtig ist, dass der Kopf drauf ist und der Oberkörper, der Rest kann auch unten rausschauen. Und dann macht man es selber auf der anderen Seite auch nochmal. und dreht den Eimer nochmal rüber. Und dann nimmt der andere und nimmt die Decke und breitet sie aus. Und dann könnt ihr mit der Decke, die hier raus schaut, einfach noch zudecken und einfach eine Hand draußen lassen, damit ihr noch Patientenkontakt habt. Wichtig ist, dass ihr das nur macht, wenn der Patient keine Schmerzen dadurch bekommt, also stärkere und er es auch zulässt. Also ein Inneres . музы Untertitelung des ZDF, 2020